In dem Moment, wo man jetzt selber mal alles falsch macht, wird man erstmal wussten, was man sich da alles kaputt macht. Wir machen gerade eine Filmaufnahme für richtiges und falsches Training. Wir haben am besten kontrolliert und das war jetzt komplett alles falsch. Wir tun alles, sämtliche Gelenktumorin, Bänder, Sehnen, Muskulatur. Auf gar keinen Fall, das wird man so machen.